Hallo und herzlich Willkommen zu Ultimate Chicken Horse, zusammen mit zu OnBillionTerm Let's Play. Hallo. Wann ist das schon lange her? Habt ihr nicht die Pyramide vermisst? Das ist echt über einen Monat her, dass ich das letzte Chicken Horse Video hatte. Willst du die nicht in deinem Banner aufnehmen? Was? In deinem YouTube-Banner? Die Pyramide? Also nur die Pyramide? Nur die Map hier? Ja, ja, eigentlich ne Idee. Wardo Teamwork! Let's go! Ja, lass ihn zerstören! Unten zu machen, unten! Nein! Ich warte. So, warte. So, und so. Jetzt zerstört er nicht seinen Part. So. Oh, da komm ich durch. Ob ich den Sprung schaffe? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Jo! Ich lebe! Ich hab's geschafft! Immer wenn da oben irgendwas... Ahaha, er ist da! Guck mal, ne Katze! Hä? Die kann ich noch gar nicht! Kack auf, nicht Katzen! Okay. Okay. Du kannst so ein Puppe von der Katze. Aber warum? Hä? Scheiß mich an! Geiler Fetisch! Dann mach ich eben einen Siegeblatt. Mordado. Ich hab das irgendwie vermisst, immer dich zu blockieren. Ich hab das jetzt ne Weile lang nicht mehr gemacht. Tombey, aus! Nein, aus! Boah! Alter! Volle Konzentration, ey! Warte, wo ist es denn? Ach man! Ja! Ich nehm extra einen großen Sprung, damit ich nicht getroffen werde! Ja! Ja! Sie sind tot! Und es erwischt mich genau! Ach man, ey! Da sieht man wieder, wie korrupt du bist! Ich? Ja! Du hast uns das vor dem Part gesagt! Bitte verreckt auf! Ach so! Alle kennen die Wahrheit! Die Wahrheit! Ich will's nicht komplett blockieren! Ich mach bis hier! Guck dahinter kann man noch... Natürlich blockiert es da schon! Aber nicht komplett! Ich hab ja gesagt, nicht komplett! Oh Gott! Oh! Oh, da ist ne Tür! Na Mensch! Das da oben ist jetzt ne Tür! Richtig krass! Hallo! Ja, ist doch schön, wenn wir alle überleben, oder? Ja, ja, ja! Manu braucht den Tod! Das bekommst du wieder! Och nicht die Armbrust! Warum ne? Ach, nein! Was war das? So! Viel Spaß damit! Sag doch! Das bekommst du wieder! Ja! Nein! Hahaha! Ich hab's ja echt wiederbekommen! Was machen wir jetzt, Manu? Vielleicht durchgehen? Oh! Oh! Hahaha! Ohne den! Ach, Mann! Hey! Ist das nicht nett? Ach so! Ich dachte, das wär höflich! Oh, noch ne Armbrust! Nein! Ich hasse, ich hasse Armbrust! Meine kannst du gerne blocken! Nö, nö, deine will ich gar nicht blocken! Hey! Was soll? Das bekommst du alles wieder! Du hast mich angespuckt! Ja, zurecht! Ja, zurecht! Hä? Das geht ja durch! Oh! Nice! Find ich gut, Leute! Ach nein! Hahaha! Ich hab's! Ich bin ne Auserwählte! Nein! Ich will auch! Ach, du auch! Ja! Karma! Karma! Was hat das mit Karma zu tun? Ich will doch einfach nur überleben machen! Ja, weil du meine Fall zerstörst! Mein Ziel ist nur zu überleben, weißt du? Und du willst mich umbringen! Ja, zurecht! Ja, das gehört doch dir, oder? Hahaha! Aber es wird nicht immer blockiert! Äh! Ja! Hä? Hast du deine Fallmaschine mit blockiert? Kann sein! Weiß nicht! Kann ich nachdenken! Ich schaff's hier nie rein! Ja! Ja! Nein! Meine Segel! Nein! Zombe! Rette mich! Das tut so wenig! Ja! Dolo Falle! Hey! Das ist nicht nett, Manuel! Mach nicht komplett zu! Hä? Die Falle fliegen doch da durch! Ich weiß! Aber dann kill ich die! Die dahin kommen! Das ist dann immer noch wie ein Konter-Selbstmord. Hast du die Feldpalle da links jetzt auch noch gesprengt? Ja klar, ich komm hier ja seit 5 Runden nicht mehr durch wegen dem. Ja frag dich wegen mir genau. Da, guck mal! Ja, nein, nein! Ja, ja! Was hast du davon? Ich will doch nur mein friedliches Pyramidenleben leben. Er hat gewonnen! Ja, man! Du hilfst immer noch! Ich seh nur noch Pfeiler! Hallo, hallo! Prank hat doch nicht, ja! Prank hat doch nicht! Hallo! Hey! Hallo! Wo ist das Ding hin? Das hab ich genommen! Ach so! Warte, ich kann's für dich platzieren. Wo willst du's haben, dann darf ich sagen? Nee, nee, ich baue hier wieder mein Zielbunker. Dein Zielbunker? So, der... Was? Ich will, dass meine Rückseite reingeht. Okay. Geht der bei dir, Manu? Nein! Ah doch! Er geht! Warum geht der? Alter, haben wir das gepatcht? Haben die's gefixt nach 10 Monaten? Ui! Ich seh ihn und er geht! Ich bin im Ziel! Ich hab ihn ja extra schon zerstört deswegen! Ja! Zerstört? Der fährt doch auch einfach da durch? Ja, ja! Aber man kann nicht mehr hoch rein, ne? Doch! Ja! Das ist gut! Das ist ausgezeichnet! Warum ist da unten eigentlich zu? Das hab ich zu gemacht! Weil ich will, dass der Fahrstuhl benutzt wird! Der Fahrstuhl ist die einzige und zu! Das ist das erste Mal, dass du den benutzen kannst, oder? Hui! Ja! Der Honig da ist ziemlich gemein! Oh Gott! Alter! Ich hab grad gedacht, ich hätte nicht das Ziel bekommen! Ja, es sah auch so aus! Sieht einfach kurz dran vorbei! Wollen wir da so einen Trichter machen? Ja, komm, mach mal den Trichter! Oh nein! Dreh, Dreh! Oh! Dreh, Dreh! Oh Gott! Alter, das ist noch Leber! Oh nein! Ist ein Wunder! Ja! Ich hasse an! Ui! Oh nein! Alter! Diese Scheiße! Ich wollte rechtsgegenspringen und hab's aber nicht weit genug geschafft! Rest in Peace! Oh Gott! Das ist wieder richtig dreckig! Aber der Rest ist ja wenigstens relativ simpel! Ich lebe! Oh! Oh! So, Manu, was ist der Plan? Hä? Ich war... Es war schon nichts an mir vorbei! Ich hätte nicht sterben dürfen! Es war schon nichts an mir vorbei! Oh! Oh! Ah, du fällst ja tot rein! Genau! Ja! Dann halt so! Ja! 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 Soll ich die doch wieder weg sprengen? Ne, ne, lass! Ist doch gut! Wir machen einen hohen Trichter! Okay! Richter der Zerstörung! Oh! Fahrstuhl! Oh! Lichter Fahrstuhl fahren! Fahrriger Fahrstuhl! Angst vor dem Fahrstuhl! Ich schlafe nicht vorbei! Nein! Fahrstuhl! Oh! Lebendig! Ich! Okay, warte, jetzt mach' ich! Perfekt! Boah! 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 Weng jetzt! Nein! Ich bin echt! Nein, das passiert nicht! Oh ja, klar! Soll er ja keine Single-Punkte bekommt, ist mir alles wichtig! Volle, volle! Was, was soll das denn wieder?! So abartig gewonnen! Ich hab's mit! Was? Das merk' ich mir, das merk' ich mir! Boah, guck mal, wie witzig das da rechts jetzt ist. Da kann man jetzt hin und her fahren. Ein weiterer Weg. Ja wirklich, man kann da unten reinsprachen. Nein, kann man nicht... Hä? Ich hab's grad probiert und bin da aber nur abgeprallt. Ja, ich komm mal rein, ja. Oh! Oh Gott! Dieses Reinflutschen geht echt gut. Oh, unten drunter kommt man eigentlich auch. Also ich zumindest, vielleicht hatte ich Glück. Okay. Ey, du wolltest die auch mitmachen. Esse. Ey. Ja toll, jetzt ist irgendwie scheiße alles. Das wird spaßig. Ja, es wird lustig. Hä? Jetzt ist ja das Teil da voll. Die, 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 die... Pflanze ist tot. Ne, die haut doch, wenn man da durchrutscht. Alter. Oh nein. Ich hab meinen ja richtig eklig platziert, sehe ich gerade. Äh. Oh Gott! Alter war das. Nein! Ach, verdammt! Puckmaschine rein, Manu weg, bitte. Oh nein, was? Ja! Was ist passiert? Die Puckmaschine hatte ich recht? Ja. Echt jetzt? Ja. Bin ich jetzt, ach du lebst? Äh. Boah, Alter. Ja! Kriegt man Solo-Punkte, wenn man Post-Mortem ist? Autopsie? Oh ja, kriegt man! Was zur Hölle! Die Puckmaschinen haben mich gerettet! Danke! Ja. So. Hä? Kann man nicht mehr rein? Doch, klar. Man kommt auf rechts. Nein! Wie würdest du denn da reinkommen? Ja, rechts ein bisschen, aber alter. Du kommst von beiden Seiten rein. Oh, das ist echt eklig. Das finde ich in Ordnung, Mordado. Ich nehme den unteren Weg. Ah! Hä? Ah, meine? Nice. Oh ne, da hat jemand so ein Ding hingebaut. Oh Gott. Äh. Jetzt? Ne. Jetzt ist sie aktiviert. Oh ne! Oh, ich lebe auch. Wir wollen uns noch etwas schurren. Das ist hier. Wollen wir da unten rein noch? Hallo? Hallo? Wie soll das gehen? Oh. Ich glaube, hätte ich gesagt, das geht nicht mehr. Von unten kannst du, glaube ich, reinhüpfen, nicht von oben. Von unten? Ja, geil. Nein, nein, nein. Von rechts unten. Auf die Treppe, das könnte echt gehen. Man muss halt an der Säge vorbeispringen. Oh! Komm! Nein! Komm noch einmal! Oh! Oh! Nein! Weil er um die Säge noch war. Mist! Maudado Säge. Ja. Des Todes. Ey! Maudado, ne? Ganz im Ernst. Ey, das war ich nicht. Ich habe nicht gesprengt. Doch, das war es du. Nein, das war ich nicht. Ich würde mir das nie antun. Ich bin noch ein fester Freund. Alter! Hä? Ich le... Was habe ich getan, Alter? Ja! Ich bin jetzt hier! Ich bin durch drei Ebenen geflogen. Ich verstehe nicht, wie man da durchrutscht. Ja, von oben drauf. Du kannst aber nach oben rein. Hier, jetzt springen. Jetzt springen. Und einfach rein. Oh! 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 Da ist so ein Ding davor, hä? Warte, nein! Der Puck... Ach, der Puck... Ach, scheiße! Die Puckmaschine blockiert. Die Puckmaschine? Die Puckmaschine. Die hätte ich vielleicht reingeschubst. Ne, die ist böse. Oh, das ist cool. Ich wollte mein Brett wegmachen. Aber gut. Kannst du noch? Kannst du noch? Wie denn? Wenn du unten... Genau so. Ah! Okay. Oh! Verwässer ist... Oh Gott! Unten ist echt einfacher, ne? Ja, ja. Deswegen hat man da oben auch schwer gemacht. Ja, richtig. Damit wir alle unten landen. Hey, du gehst! Echt jetzt? Ja, das macht man leider die ganze Zeit schon. Ja, naja. Doch das hat ja so viele Punkte. Hä? Oh! Alter! Ja! Hä? Wie einfach ihr das macht direkt zu? Was ist das denn für ein Scheiß? Genau. Weißt du ja, ohne Mist, du machst einfach... Einfach fünf Dinger, die dich auffallen und unten hast du nichts. Okay. Ich kann zumachen. Okay. Und da oben alles zu und da unten ist einfach Kindergarten. Ja, oben hat er jetzt auch komplett zu. Ja, oben mach ich zu. Ihr habt meinen Weg zugemacht, ich hab auch unten zu. Er macht den erstmal komplett zu. Meines war, glaube ich, sogar vor deinem Dach. Das war nicht, das war nicht über den Kug, also... Das ist jetzt unser Plan? Ah, warte mal, kann man sich... Ich hab nen Plan. Probieren aus, duck dich jetzt. Einfach nur ducken. Back dich hoch. Nee, das geht doch nicht mehr, oder? Ja! Was? Oh mein Gott, Alter. Ich hab gewonnen. Ich bin der Messias. Bist du echt? Wenn ich jetzt sterbe, ne? Wenn ich jetzt sterbe. Wahrscheinlich sterb ich jetzt. Nee! Ja! Wir haben gewonnen! Was ein Bullshit! Wie, als ob das geht, Alter! Wow, jetzt... Ach Gott! Die Tür kann uns nicht aufhalten, Manu. Oh nein! Hä? Ich hab gerade leichte körperliche Problem hier. Nein, Schomei! Hol's nicht! Ach Gott! Warum nutzt ihr das denn? Hm. Kann man? Recht von der Tür? Ich weiß wie. Ja eben. Ah! Ja! Er hat sie! Oh nein, ne? Dann probier du. Ja, aber ich mach's anders. Hä? Oh! Oh, jetzt kannst du dir gleich die Münzen holen. Ja, kann ich. Was macht der denn? Ultimative Sieg. Ach so! Warte, kann ich da einfach durch? Hier rum? Ah lol! Oben rum? Ja? Auf die andere Seite? Ach so, nur um auf die Seite zu kommen? Ja! Oh! Kannst du einfach durch die Tür gehen? Ja, das tut das geil! Nein! Ah! Ja! So, jetzt musst du nur durch die Tür gehen. Okay. Nur durch die... Ach du meinst... Ach so, ohne die... Okay. Ach verdammt, ich war so... Ich war so nah ran. Jetzt öffnet sie gleich. Oh, zu spät. Ja. Wir hatten doch mal einen Zirkel. Genau. Wir haben jetzt Zeit, ne? Ja, geh durch! Ich hatte Angst! Geh doch einfach so rum, ist doch einfacher. Okay. Du musst aber achtmal halt über das Sägeblatt springen. Hallo? Hä? Hä? Auch da! Nein, Mama Hilfe! Okay, lass mich mal überlegen. Ach so, meinst du das... Das ist auch zu früh, oder? Nee, nee, nee! Perfekt, genau so! Das ist doch... Ey, ganz immer! Komm, komm, warte ich! Nein! Ach, komm! Ich hab alles geschah... HÄH?! Achso, keine Ahnung. Ach, vor die letzte Runde, ich dacht schon... HÄH? Oh, cool, muss man sagen. Ja, cooles Finale. So, und von der alten Villa in die Großstadt. Zack! Nein, nein, das ist doch die alte Villa. Was? In der Zukunft? Alter, hier ist ja so ein Schatteneffekt und so weiter runter. Ja, wir reisen immer durch die Zeit. Stimmt! Wow, das ist aber ein neiser Schatten. Will die Schattentreppe. Äh, das war aber früher nicht so, oder? Ich glaube nicht. Ist das neu? Erster! Ja, guck, ist das nicht nur ein Bauern, das ist ja neu! Wow! Ich glaub, das war schon immer. Ich glaub nicht, die Entwickler haben richtig hier drin gebastelt. Richtig viel! Mann! Ja? Ja? Zombie? Ja? Was soll das? Ich hab die nur dahin gemacht, du machst die gerade eine Möglichkeit da hinzukommen. Was soll das? Ich weiß. In Zukunft wird aber aber irgendwas kommen, ich weiß es genau, ich kenn's so mit. Ja. Schön unterschwellig. Ich bin bekannt! Ja! Nein! Bitte was? Hä, hat der Pfeil dich jetzt auch getroffen? Mich? Ja. Ne, ich bin ja tot. Oh. Ja, nice. Falle, Falle. Danke. Hat sie schon gelohnt. Die kann ich ja sogar ausstellen in der Theorie. Ja. Nein. Warum solltest du das tun, ne? Weil nur du die immer verwendest. Nee. Ich kleb da was dran. Ey! Ich wollte denn, dass du mir nur am Honig kleb. Ich wollte nicht, dass du da was dran setzt. Das kleb doch jetzt dran. So. Ja, ich dachte, die Spieler kleben dran. Achso. Hast du was, um diese Pfeilmaschine des Spielers zu blockieren? Oh nein, Leute. Ne, ne. Ne. Okay, hat sich gelohnt. Hast mich überzeugt. Ne. Das heißt überzeugt, ich werd's schaffen. Hab das gesehen, das sah sogar knapp aus. Ja, Mann. Oh. Aber selbst dann. Oder? Ich muss es zweimal schaffen. Danke. So macht man das, Mordade. Man gibt auch mal auf, dann an der Zeit. Und nicht eine Stunde. Ja gut, aber... Weiter probieren. Wenn der andere hat, konnte er es ja schaffen. Ja. Aber ich glaub, hier war es echt nicht möglich. Das war es auch nicht. Tom Bay. Aus. Böse. Was? Du wirst dich wie ein Hund von ihm behandeln? Ah. Nein. Warum darf ich mein Ding nur auf dich hinsetzen? Ja, ich setze es jetzt hier am Eingang. Ja, komm mal, wir nutzen es. Ja. Ja. Hä? Oh, ich hab's selber blockiert. Oh nein. Ups. Ja. Ja, zweiter. Dritter. Na toll. Das war's. Ja. Oh nein, das sind böse Enten. Ja, mein böses Portal da unten. Mach ich da auch mit bei... Nein. Ja. 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 Huh. Und warum kommt das? Ach so. Oh. Ja. Ich dachte, das geht drüber. Ja. Mist. Oh. Letzter. Ich Abfalleimer. Was hast du denn da gebaut? Nicht schon wieder. Ah. Ah. Ich war grad wegspringen. Nein. Was? Die hat uns alle drei getötet. Alle drei, ey. Was der Hölle? Das war doch niemals Absicht, dass die da drauf zielen. Nee. Das war mein Instinkt. Krass. Okay. Ach so, du willst, dass man dann da reingeht und dann wieder zurück. Oh. Oh. Advanced Technique. Gibt's schon ein zweites Portal? Nö. Ich wollte das als Falle nutzen. Oh. Oh, das war sinnvoll. Danke. Okay. Ich wollte das kaputt machen. Ey, du musst auf was. Überall, wo ich mich hinstell, ist was. Willst du mich verarschen? Oh. Nein. Nein. Ich will nicht ins Todesloch. Nein. Komm unter mein sicheres Dach. Danke, zum Beispiel. Underdog endlich. Alter, Germann ist underdog. Ja. Ich nachgelassen. Okay. Ah. Ja. Hä? Lol. Ich bin einfach da drüber gerutscht. Oh Gott. Oh, heilig. Und... Nein, 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 nein. Und hier, da auf das Segelblatt. Ich schaff's zum Ziel. Los, Zombey. Du schaffst das. Ja. So ein cooles Chameleon. Nee, der ist gar nicht so cool wie ihr denkst. Ich bin cool. Er ist doch, er ist ultimativ. Nein. Er ist das ultimative Chameleon. Chameleongeräusche. Ja gut, vielen Dank für's zu sehen. Schaut bei Germann und Zombe vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Bäh. Ja.